So, hier haben wir so gegrillte Würstchen, Bacon, ein Teller mit Obst, Minztee, dann hat sich noch ein bisschen was Brot für Brot. Ist das irgendein besonderes Brot? Hm, keine Ahnung, einfach Brot. Brot. Ich habe doch noch ein paar Spiegeleier kriegen können, für uns hier. Ja, ja. Damit kommen wir doch klar, oder? Boah, ich glaube, das bruchte ich jetzt. Ja, die Bananen sind geil, die wachsen ja hier auf Wend. Das war mal ein Mitnehmen, Farmer und Opa. Das wäre mal echt nicht teuer. Nee. So, Postkarten für Omi. Omi und Oki. Was ist das denn, ey? Das sieht ja abgefahren aus. Nimm doch eine davon mit. Was auch immer das ist. Wollen wir einfach ein bisschen was zu probieren holen, oder? So eine auch nochmal? Ja, die magst du ja so gerne, ne? Guck mal, ich hätte dann gerne die Maracujas noch, zwei Stück. Und wenn wir mal mit. Oh, die sind nicht mehr gut. Zweitleine. Das ist ein Kürbis. Der hat drin auch noch andere Sachen. Was ist das? Was ist das? Rojaba. No, no, Rojaba. It's a fruit. From there. Okay. Ja, let's try. This one is still green. Okay. If you want to eat today, it's not good. Okay, okay. Ja, keine Ahnung. Ja. Obrigada. So, für 2,17 Euro haben wir jetzt hier ein paar verschiedene Sachen mitgenommen. Zum probieren. Zum probieren. Leute, sind das Datteln, oder? Ja. Ja, ich glaube wohl, ne? Ja. Ist ja geil, wachsen Datteln hier auf Madeira. Glaubst du, hier wächst auch Tee? Hier wächst, glaube ich, alles. Dann wäre das meine Insel, glaube ich. Tee und Datteln. War klar, dass wieder ein Deutscher so ein Rechtschreib, äh, wie sagt man, Deutschlehrer ist. Ja, das wird jetzt gestern. Ja, das wird jetzt gestern. Ja, Hunger. Schlimm ist das. Hä? Okay. das ist glaube ich der vierte da wollen wir gleich hin die Touristen sind am Start also gerade haben wir in Santa Cruz 2,17 Euro bezahlt für eine Handvoll Obst kann man sagen ja was man nicht so kennt jetzt gehen wir auf den Mercado in Funchal das ist so der bekannteste überhaupt und soll voll die Touri-Falle sein teilweise haben Leute für ein bisschen Obst 70 Euro bezahlt habe ich bei Google gelesen zwei Obststücke glaube ich, 70 Euro und wir gucken mal ob das jetzt stimmt und ob die uns auch so abziehen das ist aber leider einfach echt einfach wirklich abzocken was ist das denn? 8 Euro Kilo? ja und was war der Preis bei Dings? also für eine Schale hast du 3,50 Euro bezahlt also 500 Euro oder 250 Euro war der Preis ähnlich? 100 Euro 500 Euro das schmeckt wie diese Dinger hier 20 Euro bananen und ananas du willst ein paar? 1,49 Euro oder 2,50 Euro uhr 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 hat er gesehen wir haben gerade so probiert und dann wollen sie was kaufen? Und dann hat Dennis gefragt nach dem Preis und dann sagt sie die ganze Zeit nur Kilopreis, Kilopreis. 24 Euro Kilo. Dafür kriegst du aber uns weg. Und dann sagt Dennis so, boah 24 Euro Kilo und dann sagt sie nur, yes or no, yes or no. Und dann Dennis so, no. Und dann ist sie sofort weggegangen zum nächsten. Zum nächsten Maracuja, Maracuja. Boah ist das krass hier. Das kostet ja Spaß hier. Auf 40 Euro Kilo. 25 Euro Kilo. Ja. Guck mal diese habe ich auch gerade gekauft. Da steht da 99 Euro Kilo. Nein 19. 19 Dennis. Dramatisiert das doch nicht jetzt alles hier. Also im Vergleich zu dem Markt wo wir gerade waren ist das ja die Abzocke hoch 1000. So the older the better. And I sold 6 bottles. So the older the better. So we should be like Madeira wine. Crazy. The problem is the producers had the wine keep it but they didn't declare. So it was a problem to bottle because. So this was illegal wine. Yes. Okay. So now I have a question for your boss. So now I have a question for your boss. Yes. Where does he have the wine from? Where did he get it? From the producers. Producers. Producers and some. His brother, his friends, colleagues. Some local locals. They have a. Was there a prohibition law? Yes. In 1800s. You don't know the Portuguese love wine more than women's. It's my first time here. But now you learn something. Yes. Yes. Awesome. And we also are producers of rum. We are pirates descendants. The pirates used to come here. To steal the rum and the women's. Even now. If it's a women it goes. And rum is one of the few things you can keep on board that doesn't spoil right? So water is bad after two or three years. I don't know. I don't know. But the pirates like to drink it and enjoy the women of the earth. That was mostly the reason. They took more rum than water. Because water goes bad. My babies. Entertainment. Do you know where we are from? We are from Emsland. Which is from Germany. A special region. And we have a story in Emsland. There is a bar. In England. There is a sign. It's a flat rate bar. So you pay at the front. And you can drink as much as you want. And it says no Emslanders allowed. Because where we are from they drink so much. We have just one village after the other. And they start on Friday. Stop on Sunday. Go to work from Monday to Friday. And start again on Friday. Good liver. Good liver. Yes. They have a good liver. Every weekend. We used to have restaurants that you eat what you want for for example 20 years. Yes. And they quit. Because some people they really eat too much. There is no problem. No problem. No problem. No problem. We have these all you can eat restaurants too. But that's a good idea for a bar here. Yes. 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 Only until the Emslanders come. Yes. A lot of money. I don't know. Hibiscus. Hibiscus. 55. 55. 55 euros. A kilo. Yes. We don't put any flour and nothing in the fruits. It's natural. Okay. This is the Acai. Acai. Okay. You want to try? You want a taste lady? Yeah. Thank you. It's really good. I like this one. Dragon fruit. Okay. And the ginger is locally grown? No. No. It's not for you. I have in my home. It's just for my home. And we don't have here big productions. When we have fruits, they are small productions. And this Mercado here is like only two. No, the locals come here too. Oh, the locals. 21. Sorry? 21. 20? 21? Yeah. I would spend like 10 euros. So... For something. Yes. Maybe D.B. Yes. Maybe D.B. Yes. I'm a good guy. This small bag cost us 10 euros. Of course, the shredded fruits are a bit cheaper than things like that. Which is clear. But I said I want to buy 10 euros. A couple things about it. She is a cheap, you wanted 20. for 20. Dann hat sie ein bisschen was rausgepackt, sagte 15 Euro, ich habe ihr 10 Euro hingelegt, dann hat sie noch mal was rausgepackt und das ist jetzt übrig geblieben. Ich finde das sehr toll. Guck mal, hier gibt es die Dings für 15 Euro Kilo. Unten für 25 Euro. Und was? Unten für 25 Euro Kilo. Ist das von den Isländern? Nicht. Nein? Nicht. Wo ist das von? Kolumbia. Kolumbia? Kolumbia. Nicht haben sie. Ja. Das ist ein paar Tage. Okay, und was ist die Food von den Isländern hier? Bananen. Bananen von Madeira. Und das? Ja. Awesome. In der Winterkampen, du spätst viel mehr, also es ist mehr günstig. So, wir sind von Deutschland? Es ist nicht verrückt, es ist normal. Es ist normal. Ja. Es ist wie, wenn ich in Deutschland, du in deinem Land haben, du spätst, ich habe in Madeira, du spätst viel mehr. Ja. Ja. Ja, natürlich. Ja, natürlich. Ja, weil du gesagt hast, dass es crazy ist, obwohl es normal ist. Ich finde den Preis schon crazy. Ja, aber die fühlen sich dann eingegriffen, Dennis. Danke. Die fühlen sich sehr schnell auf den Schlips getreten, wenn du sowas sagst, Dennis, du musst so ein bisschen aufpassen. Ich finde den Preis crazy, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, aber die verstehen das falsch. Ich glaube, für ihn war das so, als hättest du ihn gerade beleidigt. Deswegen war er dann so angepisst. So, wir sind hier bei der, wie heißt das, Cable Card? Sieht gut aus. Sieht super aus. Ja, wir sind hier bei diesen Gondeln. Genau. Die gibt es überall auf der Insel verteilt, aber hier in Funchal ist natürlich die bekannteste. Soweit wir gelesen haben, wir können mal gucken, da steht es 12,50 Euro, eine Fahrt Kompi-Ticket 18 Euro. Ich habe gerade jemanden gefragt, der recht am Anfang war, der wartet schon seit 10 Minuten und wenn wir mal so grob zählen, wartet man jetzt ungefähr eine Stunde, bis man dann drankommt. Da haben wir jetzt nicht so Lust drauf. Es tut mir leid, das Wetter. Ich schätze mal, wir müssen ganz früh morgens kommen. Das müssen wir machen, vor dem Frühstück nochmal. Das Wetter ist so gut, da habe ich gar keinen Bock, jetzt eine Stunde in diesem Gebäude zu verbringen, nur um damit fahren zu können. Ja. Hast du so einen Hibiskus probiert? Ja. Du auch? Ja. Achso, haben wir zwei? Ja. Ja, okay. Sofort Ägypten wipes, ey. Ja, voll, ne? Also ich stehe ja total auf Hibiskustee, aber diese Blüten, da kann mir keiner erzählen, dass da kein Zucker drauf ist. Sie meinte, das ist so getrocknet. Das ist doch Zucker drauf, oder? Oder Puderzucker zumindest, damit es nicht anklebt oder so, ne? Ja. Mango und diese Acai. Acai. 100 pro ist das skandierte Mango. Das sind doch diese Acai-Bären, look. Ja. Ja. Das schmeckt auch gut. Das ist doch sehr schön. Ja. 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 Das ist ein bisschen.